Seit langem wieder etwas Positives über Fiaker in einer Zeitung. Es geht zwar hauptsächlich um die Nächtigungszahlen im Februar, aber wie man sieht, das Bild zeigt einen Fiaker. Und oben rechts der Text, der Charme der Wiener Fiaker lockt Fans aus aller Welt. Ist ja was Positives. Das muss man natürlich zeigen. Das ist ja was Positives.